Kennt jemand einen Arzt, der noch offen hat? Bitte schnell! Nein, zur Not ins Krankenhaus. Kann ich helfen? Müsste ich mit dem Bus fahren. Ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe. Ich hab keinen Puls. What? Was jetzt? Soll ich dich ins Krankenhaus fahren? Das wär voll cool, weil ich hab mir so eine Pulsuhr gekauft und die zeigt null Puls an. Ich seh schon. Ähm, sind Batterien drin? Kein Puls mehr? Glitzerst du oder tut Sonnen nicht weh? Du Nase, ist es dunkel draußen? Ja, das war so eine kleine, knubbelige, flache Batterie. Hab mir den Gurt umgehängt und die Uhr angemacht. Nichts. Du hast dir das Ding aber nicht über deine Möppels geschnallt, oder? Das geht nicht durch Silikon. Hä, nein. Hab mir das Ganze um den Hals gehängt. Sitzt nur unbequem. Liest du keine Anleitung? Das schnallt man sich um die Brust? Das hättest du wohl gern, du Lustmolch. Also ich geh dann erst morgen zum Arzt. Das stresst mich schon wieder.